Ich bin der Wicht, der sich so wichtig nimmt, dass das Gewicht von seiner Wichtigkeit auf seinen Schildern lastet, dass er es richtig schwer findet, das Leben. Er findet es richtig anstrengend, wenn er sich so wichtig nimmt. Er ist so wichtig in seiner scheinbaren Wichtigkeit, dass er fast Übergewicht hat. Untergewicht wäre auch nicht schlecht, aber Übergewicht ist auch recht schwer zu tragen. Das ist doch eigentlich die Backe. Die Backe? Die Backe? Die Backe.